So schlimm sah es nicht aus und er war auch bei Bewusstsein, hat sich bewegt und dann habe ich mir gedacht, der wird demnächst sowieso gefunden. Ich war ja schließlich nicht der Einzige in dem Club. Ganz schön zynisch, finden Sie nicht? Mal schauen, wie zynisch Sie jetzt reagieren, wenn ich Sie mal auf Ihren Oberschenkelhalsbuch anspreche. Wie kam es denn dazu? Muss ich das hier erzählen? Also ich halte es schon hier für richtig. Immerhin geht es ja auch hier um Ihre Glaubwürdigkeit und um Ihr Verhältnis zu dem Herrn Held. Ja, na gut, dann sollen die Leute eben lachen über mich. Aber wichtig ist ja, dass die Leute auch wissen, dass Sebastian Held nicht dieses Opfer ist, als dass er dargestellt wird. Und er ist schon ein sehr fieser Typ. Jetzt kommt schon wieder die Leier, was ist denn damals vorgefallen? Es war im August und ich hatte einen sehr kuriosen Haushaltsunfall. Na gut, ich kam aus der Dusche, ich bin ins Wohnzimmer gelaufen und weil ich so gut drauf war, habe ich dort die Musik aufgedreht und habe ein bisschen Luftgitarre gespielt. Und zwar splitterlackt. Na und? In meiner Wohnung darf ich machen, was ich will, ja? Ist doch wahr. Naja, und ich war nicht wirklich so gut abgetrocknet und ich bin ausgerutscht und dann leider in meine Kakteenensammlung gefallen. Mit dem Hintern, das muss man sich erst mal vorstellen. Ich weiß nicht, was da lustig sein soll. Also ich stelle mir das eher ziemlich schmerzhaft vor, oder? War es auch, ja. Vor allen Dingen bin ich hauptsächlich in so einen großen mexikanischen Kaktus gefallen. Der hat sehr dicke und auch sehr lange Stacheln und die haben sich dann auch sehr tief reingebohrt und sind natürlich auch abgebrochen, als ich abgerutscht bin. Und das tat wirklich sehr weh. Und deswegen habe ich dann auch den Rettungswagen geholt. Und einer der Sanitäter war dann der Held, oder? Um es kurz zu machen. Richtig. Ja, und ein Kollege kam dann an und, was soll ich sagen, die haben mich nur ausgelacht. Die haben sich krank gelacht über mich in meiner Situation. Ja, aber ich meine, mit sowas rechnet man nicht. Nichts aber, man muss schon sagen, das ist alles anders professionell. Da darf man sicherlich eine andere Leistung erwarten. Ja, aber mit sowas rechnet man doch nicht. Nee, mit dem Aber brauchen sie gar nicht zu kommen. Das ist eine ganz schwache Leistung. Richtig. Aber das Schlimmste kam ja noch. Und zwar haben die mich fallen lassen auf der Treppe. Ich lag auf dieser Barre, also auf dem Bauch, auf dieser Barre und hatte nur ein T-Shirt an und über meinem Rest lag nur ein Tuch. Und die haben die ganze Zeit weiter über mich gelacht und deswegen haben sie nicht aufgepasst, waren nicht konzentriert und haben mich fallen lassen und ich bin die Treppe runtergesehen und dabei habe ich mir das reingebrochen. Das stimmt doch gar nicht. Das war ein Unfall, ein ganz blöder Unfall und ich habe es bestimmt nicht mit Absicht gemacht. Das ist eine reine Schutzbehauptung. Ja, es ist ja verständlich, dass Sie für den Unfall einen Schuldigen suchen. Aber entschuldigen Sie bitte, Unfälle passieren nun mal. Das war aber kein Unfall. Das war Unfähigkeit, ja. Und deswegen wollte ich auch ein Schmerzensgeld haben. Ich hatte auch einen Arbeitsausfall dadurch. Ja, ich wollte mich mit den beiden dann gütig einigen, habe die mehrmals angesprochen, aber die wollten nicht darauf eingehen. Haben gesagt, ich könne Ihnen sowieso nichts und haben weiter über mich gelacht. Wir wollten ja auch erst einen Kompromiss finden, aber da Sie uns so beleidigt haben, haben wir überhaupt nicht eingesehen, einen Cent zu bezahlen. Natürlich war ich wütend und dann habe ich sie angezeigt. Ja, ich meine, wenn es nicht anders ging, man hat sich nicht einigen können, ich habe es ja gütig probiert, dann habe ich sie angezeigt, habe gesagt, wir gehen den harten Weg. Aber dabei kam auch nichts raus. Die beiden haben sich zusammengetan und haben eine Geschichte aufgebaut, wie sie den Unfall darstellen und dann... So wie es war. ...stand da vor Gericht, stand da Aussage gegen Aussage und am Schluss wurden Ermittlungen eingestellt. Wenn es so war, wie Sie es hier schildern, dann verstehe ich natürlich, dass Sie sich hier irgendwie ungerecht behandelt fühlen. Aber haben Sie es denn damit auf sich beruhen lassen? Naja, musste ich. Ich hatte keine andere Wahl. Ach ja? Also soweit ich weiß, haben Sie noch regelmäßig beim Herrn Held und seinem Kollegen angerufen und regelrechten Telefonterror gemacht. Nein, nein, das kann man nicht sagen. Oh, da. Kennen Sie das hier? Sehr schön. Denn diese Nachrichten hier, die belegen da aber ganz was anderes. Was sind das für Nachrichten? Ja, das sind Nachrichten, die mir der Held freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und die wurden ihm vom Herrn Mayer über ein soziales Netzwerk geschickt. Und wenn man das hier so liest, Herr Mayer, dann macht es aber nicht den Eindruck, als hätten Sie den Vorfall im Treppenhaus abgehakt. Haben Sie dem Herrn Held und seinem Kollegen Nachrichten geschickt? Ja, schon länger her. Ein, zwei vielleicht. Seien Sie mal. Ein, zwei. Beschluss die vom Herrn Verteidiger übergebenen Ausdrucke von Nachrichten. Was sind das? Postings im sozialen Netzwerk. An das Zeugen Mayer, an den Zeugen Held, kommen ausdrucksweise zur Verlesung. Ich werde nicht zulassen, dass ihr mit dieser Schweinerei davonkommt. Und dann heißt es hier, man sieht sich immer zweimal im Leben. Und da steht Auge um Auge, Zahn um Zahn, irgendwann kriege ich euch. Wie muss ich denn das verstehen, Herr Mayer? Herr Mayer, das erkläre ich Ihnen. Auge um Auge und Zahn um Zahn. Oder was war es bei Ihnen vielleicht? Ritte um Oberschenkelhals. Nein, 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 nein. So war das ja gar nicht gemeint. Ich war sehr wütend, ja. Ich habe das in der ersten Wut geschrieben, damals, gleich nach dem Vorfall. Und ich musste einfach meinen Frust rauslassen. Was soll ich sagen? Ich habe doch nicht wirklich ernsthaft gemeint, ihm irgendwie das in die Tat umzusetzen und ihn zu schädigen. Nee, 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 nee. So war das sicher nicht gemeint. Also Sie sagen, in der ersten Wut, Entschuldigung, diese Nachrichten sind über mehrere Wochen verteilt abgeschickt worden an den Herrn Held. Die letzte dann erst zwei Tage vor dem Überfall auf den Herrn Held. Da kann man ja wohl nicht mehr von der ersten Wut sprechen, oder? Ja, das sehe ich nämlich genauso. Sie wollten Rache, nichts anderes. Und da hatten Sie in der Disco das erste Mal Gelegenheit dazu. Wussten Sie denn vor dieser Begegnung auf der Toilette, dass sich der Held an dem Abend auch in dem Club aufgehalten hat? Na, selbstverständlich. Ich meine, er war ja nicht zu übersehen. Er war mit dieser Julia auf der Bühne und hat sich da auch von ihr vor allen Leuten zum Affen machen lassen. War doch gar nicht zum Affen machen lassen. Ich meine, ich habe eine richtig geile Performance mit dir abgeliefert. Sie vielleicht, ja. Sie vielleicht. Aber dich hat es ja nur auf die Bühne geholt, weil sie genau wusste, dass sie noch schärfer ist neben so einem hässlichen Pickelgesicht wie dir. Also, hier wird niemand beleidigt, bitte schön. Auch nicht für sein Äußeres. Bleiben wir mal bei Ihnen. So ein Oberschenkel-Halsbruch ist ja mit Sicherheit eine langwierige Geschichte. Wie weit ist denn das inzwischen verheilt? Oder war das damals verheilt, meine ich? Es ging so. Waren Sie da noch mit Krücken unterwegs? An sich ja. Aber an dem Abend habe ich die Krücken zu Hause gelassen, weil man kommt ja bei Frauen nicht so gut an auf Krücken, außer man hat eine Sportverletzung zu präsentieren. Aber wenn man eine Geschichte erzählen muss, wie ich, mit Kaktusstacheln im Allerwertesten, das kommt bei Frauen sicher nicht an. Aber gehen wir mal klar, Tex, Sie waren das jetzt ohne Krücken. Hatten Sie da noch Schwierigkeiten beim Gehen gehabt? Ich konnte noch nicht so schnell. Ich musste schon noch mein linkes Bein schonen. Ja gut, ich meine, da frage ich mich schon. Das Opfer wurde mehrfach eingetreten. Soll dazu hier der Zeuge in der Lage gewesen sein, mit seinem schmerzenden Bein? Ja. Das beantworte ich Ihnen kurz und knapp. Ja, er musste ja nur ganz kurz auf dem verletzten Bein stehen, um dann mit dem anderen zuzutreten. Ach Quatsch, ich hätte überhaupt nicht zutreten können. Also weder mit dem einen noch mit dem anderen Bein. Ah ja, ja, genau. Immerhin konnten Sie noch die vielen Stufen rauf in den ersten Stock auf die Toilette gehen. Da frage ich mich, warum Sie nicht unten auf die Toilette gegangen sind, wenn Ihr Bein Ihnen so weh getan hat. Aber die Toilette, die müssen Sie sich mal ansehen. Die oben im ersten Stock ist sehr viel sauberer, weil da nämlich sehr viel weniger Leute hingehen. Ist das denn mit einem gebrochenen Oberschenkel nicht völlig egal? Nein, ich mochte noch nie öffentliche Toiletten. Sie haben doch gesehen, wie der Herr Held da raufgegangen ist ins Klo und dann sind Sie ihm hinterher, um sich an ihm zu rächen. Nein, das stimmt nicht. Ich habe ihn so vorgefunden, wie ich es erzählt habe. Also bezweifle ich, dass der Meier überhaupt schnell genug seinem Opfer hätte folgen können, ne? Ich meine, ohne Krücken wohlgemerkt. Das kommt drauf an. Wenn er ohnehin in der Nähe der Treppe gestanden wäre, wäre das durchaus machbar gewesen. Warum wollen Sie mir das unbedingt anhängen? Ich meine, ich bin doch nicht der Einzige, der gesehen hat, dass er bei den Toiletten war, oder? Ja, das stimmt allerdings. Allerdings werde ich dieser Zeugin nochmal gehörig auf den Zahn füllen. Ich weiß nämlich nicht, warum die lügt. Gut, zunächst noch eine Frage an den Herrn Meier. Keine Frage, danke. Danke, nehmen Sie mal hinten Platz. Sie bleiben unvereidigt. Mandy Schneider, bitte. Guten Tag, Frau Schneider. Nehmen Sie mal bitte Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Vorsorge, 55, StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten. Okay. Sie heißen Mandy Schneider, 20 Jahre alt. Sie wohnen in Oberhausen. Sie sind ledig und Sie arbeiten als Bedienung. Ja, als Bedienung in Paradise. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Sie wissen aber, worum es geht. Ihm wird vorgeworfen, er soll in Paradise am Abend des 28. Oktober dem Herrn Held auf die Toilette gefolgt sein und ihn dann dort verprügelt haben. Haben Sie gearbeitet auch an dem Abend? Ja, und ich habe gesehen, wie Julia Sebastian eine Ohrfeige links und rechts verpasst hat. Kurz darauf kam Ralf auch in den Club. Und dann ist er direkt zu Sebastian gegangen. Da wusste ich schon, es gibt Ärger und habe unseren Türsteher signalisiert, er soll mal die Lage auschecken. Das heißt, Sie kennen eigentlich die ganzen, also den Angeklagten und seine Freundin? Ja, die sind Stammgäste bei uns. Außerdem ist Ralf ein Freund von meinem Chef. Was haben Sie dann weiter beobachtet noch? Ja, der Türsteher hat Ralf ganz schnell weggeholt und dann standen Julia und er bei mir an der Bar. Und dann, ich dachte, er hätte sich beruhigt, aber nach einer Viertelstunde ist er aufgesprungen und Richtung Toilette gegangen. Ey, was soll, was soll denn das jetzt? Das ist Bullshit, was soll das jetzt? Und so jetzt mal, wie nahe waren Sie da? Zwei, drei Meter vielleicht. Die standen ja direkt bei mir an der Bar. Haben Sie mitbekommen, was der Angeklagte wollte? Nee, er hat nur irgendwas zu seiner Freundin gesagt. Ich konnte es nicht genau hören, aber es muss was Kurzes, Heftiges gewesen sein. So wie, den schnappe ich mir oder sowas. Ralf ist nicht weggegangen. Und sowas hat er auch garantiert nicht gesagt. Ja, dann war es halt irgendwas anderes in der Art. Auf jeden Fall habe ich mich gewundert, was das soll. Und als der da noch dann zur Toilette gegangen ist, wusste ich, dass Ralf hinterher will. Was erzählst du dir für eine Scheiße? Ich habe doch gesehen, dass du ihm gefolgt bist. Wie lange haben Sie denn meinen Mandanten beobachtet? Ein paar Sekunden, danach wollten andere Leute was an der Bar. Dann haben Sie doch gar nicht gesehen, ob mein Mandant die Treppe hoch zur Toilette gegangen ist. Nein. Es kann gut sein, dass ich mal drei Meter von Julia weg bin, aber weiter nicht, auf gar keinen Fall. Also zusammenfassen kann man es so, er ist vielleicht mal ein paar Meter von seiner Freundin weggegangen. Sie haben aber auf jeden Fall nicht gesehen, wie er Rauf zur Toilette gegangen ist. Du willst mich ja absichtlich reinreiten. Gib es doch zu. Nein, also warum sollte ich das tun? Mein Mandant, der ist ganz klar unschuldig und ich sage Ihnen auch warum. Sie haben überhaupt nichts gesehen. Der Herr Held hat überhaupt nichts gesehen. Und der Einzige, der meinen Mandanten belastet, ist der wahre Täter. Oder, Herr Meier? Das ist Quatsch. Ich war nur zufällig bei den Toiletten. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es reif war. Wer, dir geht es noch, oder was? Ich habe dich doch gesehen. Oder außerdem, bevor du unschuldig davonkommst, muss ich dir noch was erzählen. Und das wäre? Ich habe ihn gesehen, als ich kurz einer rauchen war, bei den Toiletten. Ja, was soll denn das jetzt schon wieder? Ich habe gesagt, dass ich kein einziges verdammtes Mal da oben war bei den Toiletten. Wie oft soll ich es noch sagen? Ja, nur weil es sich ständig wiederholen wird, ist nicht wahr. Jetzt mal ganz langsam. Wenn Sie ihn da gesehen haben wollen bei den Toiletten, wieso haben Sie es bei Ihrer ersten Vernehmung nicht gesagt bei der Polizei? Ja, ich brauche den Job unbedingt. Und hätte mein Chef erfahren, dass ich während der Stoßzeit einer rauchen war, der hätte mich rausgeschmissen. Und außerdem dachte ich, ich kriege Ärger, wenn ich den Ralf zu stark belaste. Die sind ja immerhin befreundet. Darauf kann ich jetzt wirklich keine Hüksicht nehmen. Es geht ja um einen schwerwiegenden Vorwurf. Also nochmal genau. Wann sind Sie da hoch zu den Toiletten und was wollten Sie da genau? Das war vielleicht drei Minuten, nachdem Ralf hochgegangen ist. Ich wollte eine rauchen und deswegen habe ich die Treppe hinten am Lager genommen. Die ist kürzer, weil ich nicht an den ganzen Leuten auf der Tanzfläche vorbei muss. Und was haben Sie da beobachtet? Wenn man zum Raucherbalkon will, muss man an den Toiletten vorbei. Und da habe ich links um den Eck eine Stimme gehört. Das war die von Ralf. Und was hat er gesagt? Du blöder Idiot, deinetwegen muss ich das Training abbrechen. Hier, das ist der größte Haufen Scheiße, den ich jemals gehört habe. Ich weiß nicht warum, aber die Tussi will mich hier absichtlich reinreihen. Herr Mössow nicht. Es ist jetzt Schluss mit solchen Ausdrücken hier, klar? Klar. Noch mal eine Frage an Sie, Herr Held. Hat der Täter was zu Ihnen gesagt? Weitend unter Wahrheitspflicht? Keine Ahnung, ich stand unter Schock. Mir hat das Blut in den Ohren poesiert. Ich habe nichts gehört. Kann sein, dass er was gesagt hat. Ich weiß es einfach nicht mehr. Gehört haben Sie nichts. Wissen Sie, was ich denke? Dass Sie diese Begegnung frei erfunden haben. Ich meine, es spricht doch Bände, dass Sie jetzt erst mit dieser Geschichte daherkommen. Ich habe hier den starken Verdacht, dass Sie um jeden Preis hier erreichen wollen, dass mein Mann dann verurteilt wird. Das ist totaler Quatsch. Ich arbeite in der Bar und sonst habe ich mit den Leuten nichts zu tun. Und warum erzählst du dann so einen Scheiß? Steckst du da einen Kaktustypen unter einer Decke? Geht's noch. Wie viel zahlst du ihr denn, dass ihr gegen mich aussagt? Ach, ja, geht's noch. Wer zeigt denn die Leute an? Wer schreibt den Drohbrief? Ich nicht. Das bist ja wohl du. Moment. Und Madame. Jetzt fliegt es auf, dass du scheiße laberst. Weil das, was sie behauptet, kann ich ja gar nicht gesagt haben. Was, dass Sie seinetwegen ihr Training abbrechen müssen? Ja, wegen Training abbrechen. Weil als Julia mich angerufen hat, war ich ja mit meinem Fitness schon durch und war in der Dusche. Kann das jemand bestätigen? Ja, natürlich. Der Ditti aus meinem Fitnessclub, der muss ich noch daran erinnern, weil die haben mich extra aus der Dusche geholt, weil ich das Handy nicht gehört hatte. Und? Haben Sie dazu was zu sagen? Ich hab mir das nicht ausgedacht. Vielleicht meinte er nur, dass er nicht fertig duschen konnte. Ja, dann hätte ich wohl nicht gesagt, dass ich mein Training hätte abbrechen müssen. Jetzt versuch ich gar nicht, hier rauszureden. Sag mal, wie bist du eigentlich zum Raucherbalkon gekommen? Hab ich doch schon gesagt. Hinten über die Treppe im Lager. Jetzt hast du dich endgültig verraten. Ach ja? Und wie denn? Weiterhin unter Wahlsbetracht? Ja, meine Freundin Tess hat ja an dem Abend nämlich auch in Paradise gearbeitet. Und ich wollte vor dem Contest noch kurz ein Rauchen gehen. Und damit es schneller geht, wollte ich auch die Mitarbeitertreppe benutzen, damit ich halt auch nicht durch die Menge laufen muss. Ja, da hat aber meine Freundin Tess gesagt, dass das leider nicht funktioniert, weil der Roberto nämlich den Schlüssel für die Zwischentür vergessen hatte. Also hab ich sie richtig verstanden, an dem Abend konnte gar niemand diese Mitarbeitertreppe benutzen und über die Treppe zum Lager hochgehen, weil der Schlüssel dafür gar nicht da war und abgesperrt war. Ganz genau. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, dass das überhaupt keiner hier weiß. Ich meine, ich hab sie auch schon wieder fast vergessen. Also da konnte keiner auch nicht die Angestellten. Wollen Sie uns das erklären? Und wir können natürlich auch diesen, wie heißt ihr, Trainingskollegen, den Didi und die Tess und den Roberto und alle als Zeugen vorladen. Ja, vom Didi hab ich die Nummer hier, kann ich Ihnen jederzeit geben. Also Julia muss sich geirrt haben, das war wahrscheinlich ein anderer Tag. Das war kurz vor dem Contest, also verarsch mich nicht. Also ich weiß nicht, warum Sie hier lügen, zumal Sie ja mit meinem Mandanten überhaupt nichts zu tun haben, aber ich kann Ihnen eins sagen, es ist höchste Eisenbahn, mit dem Lügen aufzuhören. Ja? Jetzt kommen Sie vielleicht doch aus der Nummer raus, wenn Sie jetzt zur Wahrheit beitragen und hier ein bisschen um Aufklärung bemüht sind. Dann ist die Falschaussage weg, dann kommen Sie mit einem blauen Auge davon. Ich kann da dem Herrn Verteidiger nur zustimmen. Also sollte herauskommen, dass Sie hier die Unwahrheit gesagt haben und dabei bleiben, dann steht durchaus auch eine Verhaltsstrafe im Raum. Oh Gott, daran hab ich gar nicht gedacht. Ich wollte doch nur um meine Schulden loswerden. Ich will jetzt mal die Wahrheit wissen und nichts anderes mehr, ja? Okay, ich hab's nicht gesehen, wie Reib Sebastian gefolgt ist. Das sag ich die ganze Zeit. Also dann waren Sie auch nicht oben bei den Toiletten? Doch, ich wollte wirklich kurz eine rauchen. Aber dann... Ja gut, wollte eine rauchen, sind wahrscheinlich dann... Waren Sie oben, aber Sie konnten ja nicht die Hintertreppe hoch. Sie sind die normale Treppe hoch. Ja, ich bin über die Haupttreppe hoch. Und haben Sie da den Angedagten gesehen? Bei den Toiletten, haben Sie ihn da gesehen? Nein. Nein, und was ist da wirklich geschehen da oben? Ja, ich bin die Haupttreppe hoch und dann hab ich direkt Thorsten gesehen, wie er aus der Toilette kam. Und ich hab gerade noch sehen können, wie Sebastian hinter ihm sich auf den Boden krümmt. Das ist gelogen. Wie ich's vermutet hatte. Ich hätte nie gedacht, dass der so ausrastet. Naja, nochmal ja. 55 StPO, Sie müssen sich selber nicht belasten. Stimmt das, was die Frau Schneider hier sagt? Ich hab keine Ahnung, von was sie redet. Eben haut sie noch den Bodybuilder an die Pfanne und jetzt nicht. Die spinnt doch total, die macht, was sie will. Frau Schneider, Sie haben doch vorhin gerade erwähnt, dass Sie Schulden haben. Wie hoch sind die Schulden? 5000 Euro. Ich hab bald Klamotten im Internet bestellt. Und die erste Einrichtung meiner Wohnung ging auch nur auf Raten. Und ehe ich mich versah, hatte ich eine Mahnung nach der anderen im Briefkasten. 5000 Euro Schulden, das ist eine Menge in Ihrem Alter. Ja, ich hab angefangen, Extraschichten im Paradise zu arbeiten, um die Schulden abzustottern. Aber es war uferlos. Und dann stand Thorsten in der Tür. Und? Sie haben ihn erpresst, oder was? Nein, ich hab ihn natürlich gefragt, was da los ist. Und da hat er mir Geld geboten, damit ich vergesse, was ich gesehen habe. Das stimmt nicht. Sie halten sich jetzt mal ganz still raus hier, ja? Wie viel hat er Ihnen geboten? 1000 Euro. Und als der Gerichtstermin feststand, hat er nochmal 2000 Euro draufgelegt, damit ich reif belaste und er fein aus dem Schneider ist. Und? Dann frage ich Sie, können Schulden ein Grund sein, jemanden unschuldig ins Gefängnis zu befordern? Nein, ich hab einfach... Wohl kaum, oder? Nein, ich hab einfach nicht nachgedacht. Und außerdem tat mir der Herr Meier leid. Der Herr Meier? Wieso denn das? Ja, Sebastian und seine Freunde standen mal bei mir an der Bar und ich hab mitgekriegt, wie sie über ihn abgelästert haben. Und ja, es ging irgendwie darum, dass sie die Trage nur fallen lassen haben, weil sie so laut lachen mussten. Und jetzt haben sie sich so gut abgesprochen, dass die alle aus dem Schneider sind. Was laberst du denn da? Wir haben gar nichts abgesprochen. Ach nein? Frau Schneider wüsste doch überhaupt nichts von dieser Geschichte, wenn sie das Gespräch nicht mitbekommen hätte. Das heißt, sie hatten Verständnis dafür, dass der Herr Meier auf den Herrn Held sauer war, oder? Ja, und deswegen hab ich schlussendlich... Und außerdem hatten sie Schulden und da hat alles gut zusammengepasst. Ja, und deswegen hab ich schlussendlich auch nur das Geld genommen. Ja, da wird noch richtig Ärger auf Sie zukommen. Aber auch auf Sie, Herr Meier, und zwar nicht nur wegen dieser brutalen Tat, sondern auch noch wegen einer Falschaussage und einer Anstiftung zur Falschaussage. So schaut's aus. Was nicht soll bestraft werden und dieser Sebastian Held und sein Kollege kommen einfach so davon? Naja, wenn das alles so stimmt, dann könnten Sie natürlich auch noch schauen, wie Sie aus der Nummer etwas günstiger rauskommen, mit dem Geständnis zum Beispiel. Ich... ich sag jetzt gar nichts mehr. Tja, wenigstens haben Sie rechtzeitig was gesagt, ja. Okay. Noch Fragen? Keine. Ich hab keine, danke. Der Herr Schneider unvereidigt, der Herr Held bleibt unvereidigt und auch der Herr Meier bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte hinten Platz. Bundeszentralger ist da das Angeklagten, ist ohne Eintrag, er ist also bisher nicht vorbestraft. Weitere Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsweib, bitte. Herr Verteidiger, nach dieser Beweisaufnahme gehe ich nur davon aus, dass der Angeklagte keine Straftat begangen hat und dass die Zeugen Schneider und Meier hier ganz empfindlich gelogen haben und das werde ich nicht hinnehmen. Wir sind angewiesen auf wahlsgemäße Zeugenangaben, wenn wir eine Straftat aufklären wollen und dass hier der eine seinen Kopf retten möchte, die andere einen Schuldenberg abbauen möchte, interessiert mich null. Ja, auf guter Zeugen wie Sie sind das Allerletzte. Und gegen Sie muss man streng vorgehen, hart vorgehen, dafür werde ich sorgen. Freispruch. Danke, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Sie mögen sich zwar köstlich über meinen Mandanten und seine Freundin hinsichtlich der Titel amüsieren, allerdings der Titel bester Staatsanwalt der Welt würde mir da auch nicht schlecht stehen. Allerdings kann ich Ihnen den heute nicht ganz uneingeschränkt verleihen, Herr Kollege, denn Sie haben heute schlichtweg den Falschen verfolgt. Und das, obwohl Thorsten Mayer kein Alibi hatte und auch noch ein Mordsmotiv. Naja, wie dem auch sei, vielleicht kann ich mir doch noch einen guten Titel verleihen, nämlich den des besten Angeklagten der Welt, denn der beste Angeklagte für einen Verteidiger ist der, der freigesprochen wird. Und das beantrage ich hier. Danke, Herr Verteidiger. Herr Möss, Sie haben die Anträge gehört. Sie können selbst noch was sagen, Sie haben das letzte Wort. Tja, ich habe es von Anfang an gesagt, dass ich mit der Sache nichts zu tun hatte. Dann verkündigt das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Ralf Möss wird freigesprochen, die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen trägt die Staatskasse. Also, nicht der Angeklagte hat den Herrn Held gegen das Waschbecken in der Toilette gestoßen, sondern das war der Herr Mayer. Held ist übrigens das ganz falsche Stichwort, wenn es um Sie geht, Frau Schneider. Um Ihre Schulden loszuwerden, waren Sie bereit, hier eine Falschaussage zu machen und jemanden falsch zu verdächtigen. Hinsichtlich der Falschaussage haben Sie zum Glück gerade noch die Kurve bekommen. Sie allerdings nicht. Bei Ihnen kommt noch eine Anstiftung zur Falschaussage dazu und selber eine Falschaussage. Und natürlich wird auch die Körperverletzung auf Sie zukommen. Und so wird es zu dem Titel Unglücklichster Kakteenzüchter der Welt wohl bald der Titel Vorbestrafter Schläger dazukommen. Herr Verteidiger, Sie wollen Ihrem Mandanten den Titel verleihen, bester Angeklagter der Welt, entschuldigen. Also dafür ist er mir dann doch etwas zu unbeherrscht und zu grob in der Wortwahl. Nee, ich glaube, der Titel Mr. Superstrong, der ist bei ihm ganz gut aufgehoben. Ich verkneife mir jetzt eine Bemerkung zum Contest über den Titel Miss Paradise. Ja, wenn Sie selber sich auch noch so eine pinke Scherpe verdienen wollen, naja, vielleicht käme heute mal der Titel Vorlauter ist der Verteidiger des Tages in Bedacht. Aber was sind schon Titel? Die muss man sich verdienen, die bekommt man verliehen oder verkauft. Und was sagen Sie über den Menschen aus? Eigentlich sehr wenig, außer vielleicht etwas über die Eitelkeit des Trägers. Vor allem ist die Hauptverhandlung geschlossen. Und ich habe doch extra eine Nobody auf die Bühne geholt. Ja, schwamm drüber. Hauptsache, das Fotoshooting ist gerettet. Aber warte mal, lass uns doch... Was hältst du davon, wenn wir den Zeitungsfuzzi anrufen? Der soll eine Story bei uns machen, sogar mit Foto. Ich habe auch schon eine Überschrift. Intrige gegen Mr. Superstrong und Miss Paradise. Was hältst du denn davon? Oh, absolut geil. Das ist geil, ja. Thorsten Mayer wurde wegen gefährlicher Körperverletzung, falscher Verdächtigung, uneidlicher Falschaussage sowie wegen Anstiftung zur falschen Verdächtigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Mandy Schneider wurde wegen falscher Verdächtigung zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Das Verfahren gegen Sebastian Held und seinen Kollegen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde wieder aufgenommen und gegen Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 1500 Euro endgültig eingestellt. Was hältst du denn? Von 400 Euro endgültig? meine Güter das ausbildlicht.